Hallo? Hallo? Ja? Wo bin ich denn? Im Land deiner Gedanken. Im Land meiner Gedanken? Ja. Und was soll ich jetzt hier machen? Denken, mein Lieber. Denken. Bevor du irgendetwas unternimmst. Denk. Dann wird dein digitaler Hintern auch geleckt und geleikt. Bitte? Du hast mich schon ganz richtig verstanden. Geleckt und geleikt. Geleckt und geleikt.